Wer seid ihr denn? Sind die Unverderblichen, du blöder Mann. Bumm! Wuh! Wuh! Krass! Atmen, ganz ruhig atmen! Schau! Ich mach dich wieder geil! Ich spazier da jetzt hin und lass jemand anderen in mich rein. Vielleicht mach ich ja auch was ganz Verrücktes und schieb mir ne große Zahnpasta-Tube rein und schmier mir eine passende abgefahrene Scheiße. Wuh!